Was geht ab, ihr Zocker? Ja, wir haben in diesem Video wirklich alles vertreten, was man vertreten kann. Also wir hatten einmal eine dicke, fette Niederlage, also das hat auch wehgetan. Wir haben einmal einen Gunfight, der gewonnen wurde, aber trotzdem eine dicke, fette Niederlage, weil uns jemand entkommen ist. Und wir haben einen Grand Slam reingelegt. Das bedeutet, wir haben vier Spieler erledigt, plus beide Trophäen und die anderen beiden wurden von anderen getötet. Also war gerade gar nicht gesehen, die ganze Map tot. Und da fangen wir jetzt mal mit an. Wir gehen von schlecht nach mittel und von mittel nach gut. Und ich würde dann mal sagen, lasst dem Video auf jeden Fall eine fette Bewertung da. Liken, wenn ihr es mögt, disliken, wenn ihr es nicht mögt. Und ich würde dann mal sagen, wir starten jetzt auch direkt rein. Denn vor allem, jetzt habe ich mal keinen Sprengstoff. Oder beziehungsweise bin da mal ein bisschen gegen geschützt. Und zum Dank, killen die mich nicht mit Sprengstoff, ja. Leben ist manchmal echt ungerecht, will ich fest. Das ist doch... Oh Mann, Alter, die sind hier vorne. Gesehen oder was? Ich habe es gehört. Jetzt gleich höre ich schon wieder. Spieler! Spieler! Und Mike rät wie so ein kopfloses Hühnchen weg. Never ever, not again. Jeder hat so seine Schwächen. Der eine hat halt Angst vor Spielern und der andere vor Raben, wenn er aus der Schattensicht kommt. Ja, das bist du wieder. Headshot. Headshot. Ja, der war ja auch hinter einer Dingels, hinter so einem Wagen. Oh, fuck. Zuckerbeard, Alter. Noch lauter ging es nicht. Ach, Zäune. Die beste Verteidigung gegen Zombies. Spieler, hinter uns. Hinter uns, lass uns hier verstecken. Auf was haben die überhaupt geschossen? Weiß ich nicht, aber wir bleiben hier. Na komm. Da ist ein Zombie, aber der läuft da nicht hin. Als ob der die nicht gehört hat, weißt du? Er ist weg. Ja, die sind beim Hinweis, ne? Oh, fuck. Nein. Die haben uns bemerkt. Die haben abgeaimt. Scheiße. Ja, wieder ich. Hier ist es in Meisfeld. Es ist Meisfeld. Ich gehe ins Haus. Ich lock dir ein bisschen hier hin, ja? Mach ruhig. Die sind nicht mehr hier. Nope. Headshot. Die sind nicht mehr hier, Mike. Ach, Junge. Da muss ich sogar schon die Wunden lecken. Was ist sinnlos eigentlich, die Wunden lecken? Meinst du, wir kriegen wieder einen auf den Sack, oder was? Irgendwann später. Okay, jetzt schießen die. Da kann ich gehen. Ja, hier an der Tür. Enemies spotted. Nope. Kontakt. Ja, ich hab einen. Vor mir. Der Doppelpistole, ne? Ja, war ein weißer. Also, der ist weiß gekleidet. Nope. Ich hab ne Blitzbombe. Ich würde dir gehen. Irgendwas kommt mir ganz klar. Angittert. Die sind hier unten. Ey, warte, hab ich gesehen, der Wichser. Alter, ich kann das. Angettet. Was? Was? Der hat mich erledigt. Romero hat Kanone. Ist voll die Blitzbombe in Puff. Und denk mir so, yo, das ist meine Chance. Renn mit dem Säbel da drauf zu. Und dann gibt der mir so einen Luck-Headshot, Alter. Das ist nicht zu fassen. Dann wird's jetzt Zeit, die Schützenbrille anzuziehen, oder? Du brauchst den hinter dir. Stop. Der Immolator. Flop. Box den. Der ist doch gar nicht hinter mir. Der hat mich nur besucht. Komm her, hä? Komm her. Na, was willst du an Malakoy, Alter? Sick, Lillü. Schlagging mitgenommen. Ja. Jetzt können wir uns um die Spinner wieder kümmern, ne? Ich glaube, du hast ein schlechtes Headset. Nein. Nein. Natürlich nicht. Das ist ausgeschlossen. Das ist das PS5-Standard-Headset. Nein. Nein. Akzeptiere ich nicht. Schlafen schon. Das ist schon schön, wenn du so dein Headset runternimmst und du sagst, Ah, das ist ein Logitech. Ja, he, he. Headset. Rechtsanahö ich dich noch. Spieler, 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 Spieler. Links. Rechts von uns. Weg, 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 weg. Und anstatt, dass du mir den Scheißer mal kurz pingst, ne? Weil ich ungefähr weiß, wo der ist. Das ging so schnell. Ich wollte einfach weg, weg hier. Sorry. Der ist direkt an der Bahnstation. Der ist schlechter. Der ist noch weiter links. Der ist in der Ecke. Ich versuche mal gerade auf das Dach zu kommen. Ja, aber er hat mich angehltet. Ich habe keine Zeit mit dem eigentlich, uns rumzuärgern. Nein, der hat mich mit einem Schuss. Ist das euer? Ich raste gleich komplett aus hier. Das ist nicht mehr zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass er mit einem Benretti mich zu... Liegt der immer noch dein Kollege? Einen geht jetzt. Er liegt unter. Was hält der denn aus? Alter, das ist beide? Nein, habe ich. Der andere liegt immer noch da. Gut, ich hole dich jetzt. Tschüss Sheriff, Junge. Auch wenn du so ein überlebender Shotgun-Typ bist. Okay, mein Freund. Jetzt habe ich aufgerüstet hier. Wir nennen sie mal richtig anders. Hubert und Herbert. Meine beiden Pistolen. Hubert und Herbert. Okay. Aber die haben noch Zeit. Ich glaube, die haben doch geschossen, oder? 12 Sekunden später. Nein. Nein. Ist nicht schlimm. Wir haben wenigstens zwei Spieler gekriegt, da sind so ein bisschen reingekommen. Da bin ich jetzt gerade echt schon ein bisschen glücklich. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Hier machen wir jetzt so ein kleines bisschen Bonus-Content. Der arme Mike musste jetzt schon zweimal seine Schrei-Attacke da raushauen und ich war nicht so abgefuckt wie er. Wir haben dann am nächsten Tag gespielt, oder war es der übernächste Tag? Ist egal, irgendeine Spongebob-Timecard wird das gleich richten. Und da haben wir natürlich, sagen wir mal so, ihr kennt mich ja, ich fordere ja immer den Videospielgott raus mit so, ach, das schaffen wir jetzt schon und dann kommt dann der so, oh, du hast mich jetzt richtig gefickt. Ja, so ist das überhaupt. Und ich merke gerade, wenn ich so mich sehe, ich sehe aus wie so ein behaarter Penner. Ach, spiel die Spongebob-Timecard ab. Ihr werdet jetzt was Lustiges sehen. Morgen, ganz sicher. Au! Was? Wie schnell ist der denn mit daher gelaufen? Ach du Scheiße. Eine Ewigkeit später. Entschuldig. Ja, komm! Ist doch Scheiße, Mann! Hahaha! Oh, Schuss! Wow, 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 wow! Wird beschossen? Ja, von da. Der ist hinter dem Grabstein. Nope, nope. Du musst gerade heilen. Mach. Wow! Steht da immer noch. Rechts, rechts, rechts. Viel weiter rechts. Am Tor. Und da vor uns auch noch. An geht jetzt. Links von mir. Ich hab einen. Hab ihn! Geil, geil, perfekt. Schön flackiert. Der letzte muss hier sein. Ach, der ist hier. Links von mir ist auch einer. Aufpassen. Direkt hier. Er kommt. Oh, Gott, Alter! Bei mir ist einer. Ja, der hier. Ich weiß, wo der ist. Boah, ich bin fast down gewesen, Alter. Der ist vor mir. Fuck. Der hat mich fasst. Boah. Der ist hinter mir her. Ich muss mich heilen. Boah! Boah! Boah, geiler, hat das Ding explodiert. Ja, der hat drauf geschossen. Der kommt jetzt, glaube ich? Ja, ich seh ihn. Vorne an der Kirsche. Hast du einen armen Kollegen jetzt wieder gemacht? Der ist ja der Tür, ne? Der ist hier vorne, ja. Der kommt da. Jawohl, da hast du ihn dir gefächert, Junge. Ja, Alter. Na, endlich. Ist da noch einer, oder was war's, das? Ne, es sind doch nur zwei. So, dann würde ich sagen, holen wir jetzt unser Ziel. Ein paar Sekunden später. Also entweder kämpfen die gerade richtig hart oder die kommen gleich zu uns. Da kann ich aber nachhelfen. Oh, Junge, Junge. Das sieht doch schön aus. Guck mal, Alter, das sieht aus, als gehört das zur Tür. Ah, fuck. Ich wollte das nur noch angucken, Mann. Links vor mir. Ja. 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 Vor mir. Habe einen. Down? Ja. Nimm das auf. Ja, geil. Da hab ich. Hast du beide? Ne. Einer muss links sein oder so. Muss ich jetzt mal heilen? Ist der hier drin, oder was? Weiß ich nicht. Ich muss gucken. Wo ist der jetzt? Ja, gut. Der ist hinter dir. Da ist der. Der steht da jetzt. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt hier hin. Ja, ich habe ihn gesehen. Ah, ne, er rennt weg. Er rennt weg. Er ist da hinten. Er ist draußen. Angetaus. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist down. Grand Slam, Mikey. Der kommt. 30 Sekunden. Und es ist niemand da. Wir haben einfach alles. Geld, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Gut work. Geschafft. Blutlichen Gipfel. Tja, aber mit diesem stufenweisen Erfolg und dem Grand Slam verabschieden wir uns jetzt in diesem Video. Wenn du keine weiteren Videos mehr hier auf diesem wunderbaren Kanal verpassen willst, lass gerne das kostenlose Abo da, um keine weiteren Videos natürlich zu verpassen. Und ich würde dann mal sagen, tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken. Outro